Sven hat einen ganz einfachen Traum. Ich will auf Halt sein. Damit hat er sich an Match My Maker gewandt. Die Plattform bringt Menschen mit Hilfsmittelbedarf und Maker zusammen, um gemeinsam außergewöhnliche Lösungen zu entwickeln. Ok Sven, was brauchen wir? Ein cooles Tier. Genau. Über die Plattform können sich nun Maker für Svens Projekt anmelden. Ok, Team steht. Jetzt müssen sie nur noch entscheiden, wie sie zusammen arbeiten wollen. Willkommen zur Open Health Academy! Auf einer Academy arbeiten Teams on und offline zusammen an Ideen, die die Welt ein bisschen besser machen. Wir werden uns zuerst damit beschäftigen, zu verstehen, was das eigentliche Bedürfnis des Nutzers ist und was möglich ist technisch. und diese beiden Dinge aufeinander bringen. Es ist ein besonderes Schwerprojekt. Wir müssen ein paar Dinge gleichzeitig machen. Treten, lenken, bremsen. Was ist noch wichtig Sven? Das ist auch cool. Richtig. Der erste Prototyp sieht sportlich aus, wird aber Svens Bedürfnisse nicht gerecht. Ich glaube dafür wäre es total wichtig, dass du höher einsteigen kannst. Der Rahmen muss komplett neu geschweißt werden. Das geht nur in einer speziellen Metallwerkstatt. Über Match My Maker findet das Team Cardus, ein Metall Makerspace im Zentrum von Berlin. Das sieht doch super aus. Sven kann alleine auf- und absteigen. Zurück auf die Academy. Jetzt steht der alles entscheidende Lenktest bevor. Ja, ich bin ehrlich gesagt total gerührt, irgendwie so herzerwärmend. Das Team ist so geil und es hat so viel Spaß gemacht, das Fahrrad zu bauen und jetzt an dem Punkt zu sein, wo er auch damit fahren kann. Herzlich Willkommen bei der Open Health Academy Nummer 2. Und dann ist es soweit. Sven fährt Fahrrad. Auf Match My Maker finden Menschen zusammen und werden mit den nötigen Tools und Coaching supported, um gemeinsam Neues zu schaffen. Lasst uns zusammen die Welt inklusiver machen und unterstützt Match My Maker und die Teams mit eurer Spende.